Einen kleinen Abstecher später sind wir nun wieder im Glimmerleiner. Es ist aber schon ein bisschen spät geworden. Können wir uns nicht ein bisschen ausruhen? Ja, lass die mal uns ausruhen. Ah, Mama mia. War ein langer Tag. Glimmerleiner, dritter Reisetag. Ein neuer Tag ist angebrochen. Findest du nicht, dass ein herrlich friedlicher Morgen ist? Ja. Warte mal, warte mal. Wie bitte? Wir können immer weiter uns ausruhen? Nee, das wäre doch keine gute Idee, oder? Wir sollten uns mal umschauen. Oh, war das jetzt schlechtes Gespräch? Na egal. Wir sollten uns mal umschauen, was die anderen denn so machen. Habe ich meinen Haltestopp verpasst? Sind alle schon ausgestiegen? Warte mal. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Nur weil ich letzte Nacht gepennt habe, scheint mich umzuschauen, wie es allen geht. Ernsthaft? Ping. Du musst doch irgendwas wissen, oder Ping? P- Ping? Nicht, weil der Detektiv ist noch da. Oh mein Gott. Was ist passiert? Hey, Toadie! To- Toadie? Ich bin der erste. Wacht jemand die Tür? Komisch, dass sie sich nicht öffnen lässt. Sie sieht wirklich so aus, als könnte man sie öffnen. Kann man doch bestimmt irgendwie öffnen, oder? Was meinst du? Was zum... Hey, da ist was hinter! Mach da auf! Die machen halt mich auf. Verdammt! Kommt da raus! Sofort! Das geht nicht. Vielleicht können wir sie aufsprengen. Versuch, es ist wert. Hat's geklappt? Nein, Mann! Hat's nicht geklappt. Dann gehen wir mal auf den Deckerjagd. Margarina? Nee, Karl! Sind wirklich keine Passagiere mehr da? Ich glaube, diese Fliecher, die wir da im Untergrund letztes Mal vertrieben haben, haben sich in den Zug eingeschlichen. Weil die mussten ja irgendwo hinrennen. Und jetzt sind alle weg. Ja, bis auf der Shopkeeper. Warte mal, schläft der? Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Sollen wir einfach items nehmen? Ich kann nicht mal was kaufen. Mario will ich nicht. Nicht bei dem Shopkeeper geht's gut. Die anderen wurden in Fürth, aber er wird einfach hier liegen gelassen. Das ist jetzt natürlich problematisch. Irgendwas haben wir übersehen. Big Omp. Ach, hi Mario. Ich hab keine Zeit für Briefe. Egal. Ach, hi Mario. Das Leben auf der Insel ist echt nicht übel. Sonnenaufgang aufstehen. Sonnenuntergang in die Koje. Dieses simple Leben gefällt mir ziemlich gut. Manchmal kommt Corsario vorbei und fasert irgendwas. Wir leben wie die Wilden. Das ist unzivilisiert und so ein Zeug. Aber abgesehen von diesen Störungen ist das Leben auf der Insel wunderbar. Und du? Immer noch auf der Suche nach dem großen Abenteuer? Passt irgendwie zu dir, Käpt'n. Also versor die bösen Jungs kräftig befreit seine Prinzessin. Big Omp. Das ist wirklich schon, dass unsere Freunde aus Distant Lands immer noch an uns denken. Aber ich denke mir gerade... Mama Mia, what the hell? Wisst ihr was? Auch nicht. Was? Vielleicht war ich der Zugfahrer mehr. Aussteigen können wir auch nicht mehr. Wir sind ja mittendrin. Hey, Kollege! Hast du vielleicht eine Ahnung, was hier los ist? Guten Morgen, Mario! Soll ich mich ein besonders ruhiger Tag? Ja, ein bisschen zu ruhig, oder? Was? An den Scheiben kippt Dreck? Ah, jetzt wo du es sagst... Äh, warte mal. Ah! Was ist das Ding? Ah, das ist doch dieses Schmeiß. Geschmeiß aus dem Bahnhofskeller von gestern. Wir müssen solche Tulpenwaren hinzugehängt haben. Die sind alle weg, Mann. Nein, guck doch bitte noch mal, das kann doch nicht sein. Was zur Hölle? Musik, die ich habe. Okay, wir gucken noch mal überall nach. Nummer 1. Was zur Hölle? Verschwindet. Wir müssen die Gardinen ziehen. Gardine. Vielleicht können wir die wegblähen. Komm schon. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was denn nun? Noch mehr. Noch mehr. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Wir werden komplett überrumpelt von diesen Viechern. Wie viele gibt es denn von denen? Können wir denn nichts tun? Ist auch niemand. Noch fünfmal hören. Was ist da nicht? Hier ist halt wirklich nichts. Hier ist auch niemand. Ich weiß nicht, wo die sind. Die sind bestimmt alle im Lagerraum, oder? Oder vielleicht sind die gar nicht mehr eingestiegen. Oder als wir in der Nacht geschlafen haben. Ist alles passiert. Da muss es passiert sein, oder? Schaut es euch an. Hinter jedem Fenster sieht man die. Schon gruselig, wenn ihr mich fragt. Schon gruselig. Letzter Waggon. Letzter Wagen. Ja. Toll. Ich schraue mich überall um, aber hier ist halt niemand. Oder sollte ich mich hier gar nicht umschauen, war das einfach nur so gesagt. Ich weiß halt nicht. Nicht bei der kleine Bronz-Mufus noch da. Das kann doch so nicht abgehen. Los! Wir müssen da rein. Ja! Jetzt ist es nicht mehr zu... Oh. Äh. Oh nein, sie sind sogar schon in den Zugang gedrungen. Wir müssen sie vertreiben. Ja, wir müssen sie vertreiben. Verschwindet. Habt ihr sie noch alle? Ich sag dir, verschwindet. Los, springt aus dem Fenster. Bam, 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 bam. Aua! Alles okay? Ja, die Zugbegleiter. Stell, hilf ihnen. Okay, okay. Haut ab! Alter, wie viele sind da von denen? Woho, woho. Ey! Er reicht's lang, wir sagen mit euch. Oh, aber woho. Okay, endlich haben sie ab. Sie haben aufgegeben. Gut so. Danke, Mario. Danke für deine Hilfe. Als wir schliefen, da kamen diese Dinge, die hatten wir in solche Angst. Wo in aller Welt kamen die denn her? Und sie haben noch immer viele Fahrgäste in ihrer Gewalt. Oh, die Arme. Das können wir so nicht stehen lassen. Wir müssen ihnen helfen. Aber da. Los. Keine Kämpfe auf dem Rüllen, leider. Nur mit dem Hammer rumschlagen. Das ist alles, was zu tun ist. Warte, können wir die wegwehen? Oh mein Gott. Ja, wir können sie wegwehen. Das ist eine große Hilfe, tatsächlich. Okay, hier sind nicht mehr so viele, die wir wegwehen können. Oh, wir werden überruppelt. Nein! Weg mit euch! Hey! Hey! Verschwendet's! Wir müssen durchkämpfen. Wir müssen durchbahnen. Was anderes bringt nichts. Ich hab das Gefühl, es kommt immer mehr. Das kann ja nicht stimmen. Hey! Von hinten. Von vorne und von überall. Und die, die in den Wänden kleben, die können wir leider nicht mehr wegmachen. Zumindest nicht von hier. Ist es vielleicht möglich, alle wegzubekommen? Oder spawnen die immer wieder neu? Ist das vielleicht wirklich so, dass immer wieder neu ist worden? Mann, jetzt haut doch mal endlich ab! Oh, ich muss wieder auf mir drauf. Nein. Wochen, wochen, wochen. Ah, hier sind zu viele, hier sind zu viele! Hier sind zu viele! Weg mit euch! Da! Freier Weg, freier Weg! Oh nein, nicht springen, nicht springen, sind wir das Tag in der Luft! Weg! Okay. Okay, nein, was passiert? Fluff! Fluff! Oh nein! Die Welt sich in sich etwa in ein riesiges Monster verwandeln, oder? Oh, doch! Oh, doch! Oh, doch! Oh, doch! Oh, doch! Oh, was? Die haben unsere Freunde! Nein! Oh, wir schreien es nicht! Oh, wir schreien es nicht! Oh, Mario, schau doch mal die anderen vorgeste! Hilfe! Das kann nicht der Ernst sein, was doch immer das für ein Tentakion Monster ist! Wir müssen es beseitigen! Fluff! 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 Das sind Fluffys? Das sind Fluffys? Hallo? So ein netter Name für so ein Ding? Die kleinen Monster haben sich einfach zusammengetan. 50 Kp vom Angriff an Verteidigung. Sie machen mit Tentakion an. Du kannst dem Körper keinen Schaden zufügen, bevor du nicht die Tentakion erledigt hast. Bio-logisch, oder? Nutzt dann die Zeit, ihm ordentlich Schaden zufügen, bevor ihm neue Tentakion nachwachsen. Außerdem können die Fluffys wohl ihre Form verändern, was ihre Angriffskraft aber auch ihre Angrifffläche erhöht. Aber anscheinend hier zu diskutieren, sagt man muss doch mal die Passagierung freien, Mario. Oh ja. Also erst mal die 13 Tage wegmachen und dann können wir sie besiegen. Oh, oh, fünf Tagen auf die Nase! Oh Mann, ey, nochmal! Das gibt's doch nicht! Oh, ich blute schon überall! Und vier Schaden auf die Nase! Verdammt, wie können wir alle drei auf einmal angreifen? Wir haben unseren neuen... Wir haben unseren neuen Jump, den Ultra-Jump! Andererseits, ich seh' gerade, der hat... Die haben alle nur vier Leben. Hm... Angriffskraft 5, Anwender-Kapier steigenden 5. Sollte ich das machen? Moment, Moment! Machen wir den... ...den Maxi-Beben! Ja... Das könnte nicht schlecht sein. Not bad, denke ich. Fühlt ihr eigentlich in den Hintergrund? Diese Leinwand, die sich im Kreis dreht, zusammen mit dem schwarzen Nichts dahinter? Das wirkt auf jeden Fall so, als wären wir woanders und nicht mehr an dem Off-Off-Grade gekämpft haben. Ob das ganze Spiel nur ein Stück ist? Ich mach Mario Bros. 3. War ja confirmed, dass es nur ein Stück war. Also, glaub ich zumindest. Das ist also das Herzen des Dings. So, so. Okay, okay, not bad, not bad, not bad, 5 Damage. Glaub ich, hast du 5 Damage? Komm schon. Und... Hohoho, Mario macht den Ultra-Jump! Boah! Habe ich's geschafft? Ich glaube nicht. Boah, der Angriff ist schwer. Aber der macht bestimmt viel damit, wenn man den richtig timet. Okay, okay, nice, nice. Unter 30 Leinwand hat er? Maybe? Vielleicht noch nicht? Und jetzt kommt die Taki wieder raus. Ja, war klar. Oh, daneben! Oh, Glück gehabt's. Hat's verpasst. Ah, jetzt hat er getroffen. Vielleicht hätte ich doch KP leveln sollen mal. Nein! Nein, 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 so darf ich nicht denken. Ah, daneben. Gut, 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 gut. Okay. Okay. Gumprina? Ich brauche hier mal einen Stärkeren. Wer ist hier besser in diesem Kampf? Kutlo nicht. Aroona vielleicht? Boshin nicht. Alle brennen, Barbara. Hat ja noch so wenig Leben. Bart Omp. Okay, ja! Besonders gut versteht er sich auf explosive Techniken. Das könnte auch helfen, ne? Ja, ich versuch's mal mit Bart Omp. Aber, ich mach's erstmal wieder mal Maxi beben. Damit die Tentakel am schnellsten wieder abhauen. Das ist nämlich gerade unsere beste Attacke, um die drei Tentakel am besten wegzumachen. Man sieht sogar schon hinter den Tentakel das Rote. Sieht so ein bisschen so aus, hätten wir ihm da weh getan. Aber eigentlich ist es nur so das Herz, dieses Fluffy's. So ein netter, süßer Name und dann dieses brutale Monster. Weg mit euch! Boing, boing, boing! Lasst kaufen, boing, dich in Ruhe! So. Und du? Schädigt Gegner, die Bart Omp. Direkt angreifen. Die Tonator-Attacke. Boom, boom, boom. Schön, maximal ein Damage, wenn der uns jetzt angreift. Dann explodiert er nämlich. Und du, Mario? Oh, das ist vielleicht dumm, weil... Ich angreifen will. Na, ist auch egal jetzt. Stampf-Attacke. Ja. Ja, ist okay. Die andere Tocke kann ich einfach nicht so gut. Und die WP gehen uns aus. Schade. Ein Frieder hat nicht geklappt. Und ich habe meine Zeit nicht gut verwendet. Hä, was ist denn jetzt los? Höh! Ein Lego-Arm! Nein! Alter, 10 Schaden! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ähm, 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 ähm. Äh, äh, äh. Papier holen, um nur dem jeweils anderen Tocke zu verbrechen. Okay, ja, hm. Äh, erst mal ein Super-Pilz auf Mario. Ja, Mario! Oh, Mama mia! Hm. What is your time, do? Machst dein Ahornsirup gefälligst. Okay, mehr BP. Schön. Komm, greif Spatob an! Oh, doppelte Verteidigung! Dreifach sogar! Aber nur Mario. Passt. Ja! Nein! Wieso explodiert du nicht? Warte, was? Wieso explodiert du nicht? Höh! Bombe. Ich kann fast jetzt doch angreifen. Schaut mal. Oh! Tatsache, ich kann Fluffy jetzt doch angreifen. Aha. Oder sollten wir das? Ist das gerade so klug? Oh, Mario ist fast tot, ne? Mach den KP-Schlürfer. Das macht nur 5 Damage und das Ding hat mehr als das. Sonst greifen wir Fluffy an. Ignorieren wir den Greifhaken da oben. Bam! Danke für deine 5 Leben. Boah! 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 Okay, dann greifen wir lieber an, oder? Ja, komm. Dann greifen wir lieber an. Wir haben noch einen Lebenspilz. Wie viel Schein macht das? Fünf? Ja. Okay. Angriff. Bam. Ein Leben noch. Ein Leben noch. Nein. Was soll das? Boah, Marius Tod. Mein Lebenspilz. Oh, gut, dass ich ihn habe. Ich muss wieder einen kaufen. Ich glaube, ich habe nur noch den einen, oder? Und Badomb? Er explodiert jetzt, oder? Hä? Okay, ich habe irgendwie Badomb's Fähigkeit nicht verstanden, aber generell verstehe ich Badomb mit dem Kampf auch nicht so ganz. Naja. Muss ich, glaube ich, mal üben beim Trainingsmeister. Fluffy ist besiegt. Nice. Und das heißt für mich, natürlich, endlich mal wieder ein Leben noch. Juhu. Ja. Fluffy. Ich kann nicht anders. Ich brauche mehr OP. Ich brauche mehr gute Orden. Nur durch gute Orden überlebt man das. Ja, das möchte ich ja wirklich mal ein Playful. Ich will nur noch Orden, glaube ich. Nur meine Orden-Buffen. ja flüchtet mal lieber mit blöden schaff ist die blöden fluss wir haben sie alle gehört hat darum ist sehr gefährlich was unten gehen vielen dank wie wir diese drei tage nur ohne dich überstanden sind wir so dankbar was wäre aus uns geworden ohne fisch wusstet ihr eigentlich dass er der berühmte luigi ist also dann wir kommen gleich in bar glimmerig an tatsächlich langsam zum aussteigen fertig machen gott sei dank wir sind endlich angekommen bei bar glimmerig und hier gibt es einen stern und fest habe ich gehört muss ein museum oder so war hat immer ich habe es anders vorgestellt statt mehr so ein bisschen wüsten mäßig wie vorhin dieses tool bereich ding ich bitte kurz um ihre aufrechterkeit dazu bitte kürze die bahn aufgarten immer richter reichen der ausstieg für sich in fahrt und rechts sie hat eine angenehme offenheit irgendwie mal einer da sind wir mario dieser professor hat von einem tempel gesprochen den sollten wir zuerst suchen tempel ja wir haben es aber durchstanden was seine kam ich glaube das war sogar schon der der bosskampf für dieses chapter ich glaube jetzt ist noch ein bisschen erkundung und dann haben wir den stern bestimmt schon in der tasche es sei denn brunnhilder taucht noch mal auf soja kollege hier noch ein bisschen trinkgeld bitteschön da denke mario keine andere sache immer so oben rechts und eine münze video euch geht es allen gut ja hier schönes wellnessort jetzt sagt man aber nicht dass man da wer hat der piranha in seinem vorgarten was ist los mit euch die brüder niemand konnte gar nicht springen irgendwie glaube ich nicht dass ihn nicht mehr ist nein warte ich wollte das ding anspringen die kronleuchter da da ist nicht da dafür ist ein orden raus und was mit euch wo gibt es denn hier modelleisenbahn wir werden sofort um brunzlos geburtstagsgeschenk kippern du autogramm onkel meine eltern kaufen mir eine modelleisenbahn aber eigentlich können sie mir auch eine richtige einzelbahn kaufen stieg reich ja könnten sie aber ich glaube du bist noch zu jung dafür mein geschäftspartner ist noch nicht da darum werde ich wohl einfach mal den glimmer tempel besichtigen denke ich natürlich zahlt auch die firma ja der hat ziemlich viel glück mit seiner firma dass die ihm alles zahlt so willkommen in meinem wochenendhäuser mein held diese bahnfahrt war wirklich spannend ist das zufällig das zu meinem brosfilm so du 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 diesen crafting table cool wo sonst hast du hier nichts bisschen langweilig hier beiden langweiligen häusern aber was soll's wir sind ja nicht hier um die häuser uns anzuschauen hauptsächlich einfach nach dem sternjobe suchen aber trotzdem will ich mir die häuser anschauen müssen wir mal ein paar pingus das ist nicht ein schönes aus schau dich schau dich nur in ruhe um es ist bis ins kleinste detail durchgestylt sowohl inner und auch außen also schau dir ruhig alles an ja da sind die sind die modelle sind wir waren modelleisen bahn es war ja ganz schön sein hier zu leben aber punch trinken einen schneemann bauen schlittschuh fahren das kann man hier alles nicht machen fern von der heimat lernt man ihre vorzüge ist richtig zu schätzen ja ja du hast auf jeden fall ein punkt oh warte mal hier ist was komm ich dachte schon ich hätte was gefunden oh man ich hatte gehört es sei ruhig im bad glimmerisch aber diese touristen vielleicht hatte ich ja mal einen laden mit spezialitäten aus bibber city eröffnen ube was hätte ich war glaube ich auch im ersten herr mario oder möchtest du nicht unsere power pasta als andenken kaufen sie kostet 50 münzen passt aus bad glimmerisch hat 10 kp und 5 bp herrn ne noch nicht okay dann nicht ne noch nicht wir drei mädels bereist die ganze welt wir übernachten in dem vornehmen hotel gleich da drüben das ist bad glimmerisch hat wirklich stil heute werden wir den klippel besichtigen und wer sind alle den münzen besichtigen der städte fähler alleine wer hat eine pireille in den brunnen geworfen das ist cool hier steht schon ganz fett hotel drauf aber damit das spiel immer als konsistent bleibt ist hier noch das schild sie da auch aus das kann man sich da hinlegen oder so ist eine bank oder so voll cool im grand glimmerisch dem besten luxus hotel der stadt die garantiert erstklassigen service und koppersahne zimmer für drei münzen kannst übernachten möchtest du das mal man hat nicht was mal und bonjour monsieur moustache die mademoiselle am anfang dieses hotel jetzt ist so süß ich werde hier so lange übernachten bis ihr mir ein herz schenkt okay dann macht das wenn ich übernachte ist dann darfst du nicht warum sieht das bild von dem von dem zug so realistisch aus seht ihr was ich meine das sieht ein bisschen realistisch aus irgendwie naja ok nee ich muss noch mal schlafen wir haben schon getrennt wir sind ready für den tempel das sei scheinbar zu sein das weiße haus nein das ist der tempel so nennen wir den mario spielen ich bin jemand der stress nur schwer abbauen kann aber wenn es mir zu viel wird glaube ich einfach barfuß über die wiese du solltest das auch mal probieren ich werde oft gefragt ob es mich nicht langweil jeden tag am gleichen ort zu sein wie kann man das so so denken jeder tag ist so ein wenig anders ich bin anders als gestern du bist anders als gestern ich hatte es anders jeder tag ist einmalig also möchte ich auch jeden tag bewusst leben also ich kann verstehen dass du hier jeden tag wohnen möchte wenn man sie gefällt hier aber ich meine dieser ort hat sich jetzt hier eigentlich nicht geändert so von tag zu tag denke ich nicht dass es verändert weil sie nicht mal guten tag ist angenehm waren hier im bart immer recht nicht war ich mag das wirklich wenn es kalt ist holt man sich gleich in der schnupfen du bist ein penguin na egal hat er hat er nicht hat er vergessen dieser klima tempel ist ein sehr berühmtes gebäude nicht nur das große gemälde auch die außen architektur ist umwerfend es macht mich glücklich jeden tag zu kommen und ihn zu betrachten ja das glaube ich dir und ich sage wow zu unserem ability damit der kommen wir ganz einfach an die insignieren let's go bitte bitte auf reisen der hohe priester was verflucht sonnen ist aber auch luigi was machst du denn vor meinem haus du wohnst hier was das haus gehört dir und du willst der hohe priester sein jetzt doch kein detektiv du sagst es direktiv bin ich nur in meiner freizeit aber wir müssen uns ja nicht im stehen unterhalten komm doch rein lass dich ruhig rein was mir geholfen oh danke man ich wusste es ihr kam zu spät wir haben das sternen gewinn ja du kannst du nicht hey warte auf mich ich kann das nicht man lustiger wäre es gewesen hätte der nebenaufwand auch noch gemacht beim klappauter mann die waren schneller wir müssen da ja was natürlich könnte ich mir sagen worum es eigentlich geht keine zeite mann so sorry es wird also auch das sternen gewinn ich bin im bild aber macht euch keine sorgen um das sternen gewinn es ist in sicherheit wahrscheinlich wie auf dem protest war ein billiges imitat das original habe ich einmal so versteckt damit es nicht gestohlen wird aber wo das original versteckt ist das darf ich euch in meiner funktion als hohe priester leider nicht verraten natürlich weiß ich dass ich sie befindet aber ich bin überzeugt dass ihr es aus eigener kraft finden werdet also die vorhanden werk zeigt was du von mir gelernt hast und finde das erwähnt also sie ist relativ als ich also sie wird es glaube ich besser einfacher haben zu finden das ist vielleicht irgendwo am ok ich sehe es jetzt schon ich sehe es jetzt schon wir können hier oben einen super jump machen genau da wo aus irgendeinem grund ein teppich ist ein einzelner teppich ich sehe auch erst jetzt schaut mal hier im hintergrund das hier ein gemälde dieses tempel so viel ist klar sieht aus als könnte man ihn betreten wir springen da so rein badababa badababa let's take on ne aber ich finde das so lustig es wird doch einfach so ein bild von dem tempel aber es ist nicht echt hmm ja ok das ist hier irgendwo ganz oben versteckt und die teppiche sollen zeigen wo wir springen sollen das ist sehr gut dass es mir angezeigt wird zwar ein bisschen unlogisch aber ganz ehrlich ich nehme das an ich nehme das dankend an warte kann ich ja nach links ich glaube nicht oder weil das ding mich wahrscheinlich nicht durch lässt genau nein was ich kann mit a ich dachte ich kann nur mit b loslassen mies aber freunde beim nächsten mal hump und dann das ding ich habe es erst gemerkt dass die folge schon vorbei ist aber ich hoffe seit gehypt einfach nur so immer immer schön trinken von der wärme genau das war es eigentlich